Hi, mein Name ist Lea Bergen, ich komme aus Schwellen und ich werde am 4.12. meine erste eigene EP herausbringen, die da heißt 1. Und jetzt spiele ich für euch einen Song, zumindest den ersten Teil, er heißt Samira. Er erzählt die Geschichte, die wahre Geschichte eines afghanischen Mädchens, das inzwischen in Deutschland lebt und zu der ich schon ziemlich lange jetzt Kontakt habe und wir haben uns auch schon persönlich getroffen. Genau, und ich, sie hat mich so beeindruckt und es hat mich so mitgenommen, ihre Geschichte ist auf jeden Fall erzählenswert. Hört sie euch gerne an, den ersten Teil und wie es dann weitergeht, könnt ihr am 4.12. dann hören. Viel Spaß. Ein kleines Kind von Dol ist auch eine bessere Zukunft. Muss die Heimat verlassen, ihre Freunde zurücklassen, weil der Terror sie nicht schaffen lässt. Mit der Familie auf der Flucht, die nur Schutz und Frieden sucht. Und sie hungern und frieren und die Hoffnung nicht verlieren, die Freiheit ist derjenige. Du und ich, wir wissen, dass das Tag für Tag geschieht. Man kann es leicht verdrengen, muss man absichtlich in sie gehen. Ihr Name ist Samira. Ihr Name ist Samira. Der altmen Selekt trask bor und dieola. Verlern von Glück, halb zum Menschenskart. Verlern von unsere Glückesigkeit. Ihr Name ist Samira. Untertitelung des ZDF, 2020